Hallo zusammen, ich bin total beeindruckt, was du Carina erzählt hast. Und wenn jetzt das Thema ist, beten praktisch, dann kann man sich ja tatsächlich fragen, was soll das? Da geht ein ganzes Land, wird explodiert, es ist nichts mehr rum und dann kann man fragen, was nützt die Betten? Oder was macht Gott da? Ja, Fragen und ich denke, wir müssen die ernst nehmen. Ich habe euch als Predigtext hingeschrieben, Gott schuf den Menschen als sein Abbild, ja als Ebenbild Gottes und er schuf sie als Mann und Frau. Wenn wir die Welt bei uns anschauen, ins Fernsehen, in die Zeitschriften, dann geht es dauernd um Leute, die reich sind, schön sind, stark sind. Und jetzt vergleichen wir das einmal mit dem Libanon. Stell dir vor, eine Zeitschrift von uns, so Durchschnitt, und die liegt irgend in der Nähe von Beirut auf und jemand liest das und da geht es um, wer hat wie viel, die haben gar nichts. Da geht es um Schönheit, die haben überhaupt keine Möglichkeiten für Kosmetik. Und wer stark ist und das ganze Volk liegt am Boden und die Regierung ist korrupt. Eine riesige Spannung. Jetzt reich, schön, stark ist an sich nicht schlecht, aber wenn man das in dieser Welt anschaut, ganz verrückt. Ich möchte euch vom französischen Philosoph Blaise Pascal berichten, der sagt, es gibt drei Ebenen der menschlichen Existenz. Zur untersten Existenz gehört eben das, was ihr da vorne lestet. Und dann gibt es eine nächste Ebene, die zweite Ebene. Da sagt der Blaise Pascal, da geht es um die Ebene Genie, Kunst, Wissenschaft. Das hat dann mit Vernunft zu tun, die Ebene. Ich gebe euch ein Beispiel. Also ein Beispiel Kunst von Michelangelo. Ein Genie, das sowohl in der Architektur als Malerei und, 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 bis in die Medizin ihnen gewaltig geleistet hat. Oder Musik, klassische von Johann Sebastian Bach oder Beethoven oder Hillsong, heute das, was uns ans Herz geht, wunderschön. Das gehört in die Ebene. Oder die Brillanz von Albert Einstein, das steht auch in deren Ebene. Und das ist, sagt der Blaise Pascal, das ist drüber, über der unteren Ebene. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene, aber, sage ich nicht, sondern zur zweiten, die, die wieder in die Schule müssen, wegen dieser zweiten Ebene, gehen wir in die Schule. Die Bildung, die Förderung von dieser zweiten Ebene, das sollte eigentlich die Schule uns vermitteln. Einverstanden, Pat? Okay, auch ist es zufrieden und die Schüler müssen es aushalten. Okay, jetzt gibt es aber noch eine dritte Ebene. Und die dritte Ebene, da geht es um Heiligkeit. Das ist eine ganz andere Dimension. Ich habe sie extra auch ein bisschen weiter weg gezeichnet. Und bei dieser dritten Ebene, das ist interessant, Heilig, da geht es jetzt nicht um den Heiligen St. Niklaus oder den Heiligen Sebastian oder weiß ich was, sondern es geht darum, dass die Bibel sagt, es gibt Menschen, die sind so in Beziehung zu Gott, dass man kann sagen, sie sind heilig. Und jetzt ist es interessant, dass wenn eine Person heilig ist, dann kommt es überhaupt nicht darauf an, ob sie arm oder reich ist. Kommt überhaupt nicht darauf an, ob sie stark oder schwach ist. Sie kann eine Genie sein oder Analphabet, das ändert überhaupt nichts, dass sie in dieser Beziehung zu Gott heilig ist. Und jetzt kommt der Clou. Wir alle, die hier sind, wir haben die Möglichkeit, in allen drei Ebenen zu Hause zu sein. Es ist, keiner ist zu wenig gut das, sondern wir sind alle mit einbezogen. Wir dürfen alles erreichen. Der Begriff Heilig, der kommt in ganz unterschiedlichen Formen, kommt er in der Bibel vor, etwa 500 Mal. Also zum Beispiel, Gott ist heilig. Oder Gott schenkt uns seinen heiligen Geist. Und das heißt, du bist berufen an der Heiligkeit von Gott teilzahm. Und jetzt sind wir bei unserem Bibeltext. Gott schuf den Menschen als sein Abbild, als Gottes Ebenbild und er schuf uns als Mann und Frau. Das ist wie Gott. Das ist ein Geheimnis wie genau, aber es ist, wir weisen mit dem, wo wir Sinn auf Gott heilen. Gott hat uns als Partnerin und Partner berufen. Das hat riesige Vorteile. Ich muss mich nicht selber erfinden. Ich muss nicht irgendetwas machen, damit ich jemand bin, sondern, wenn ich das in der Bibel liesse, kann ich sagen, ich bin schon jemand. Ich bin das Abbild von Gott. Und das Bind, das sind wir, noch bevor wir geboren worden sind, war das klar von Gott, wie er dich sieht. Er sieht dich als sein Abbild. Er sieht dich mit einer riesigen Kreativität. Er sieht dich mit einem Potenzial, das göttlich ist, das du ausschöpfen darfst. Und da bin ich Gott sehr dankbar, dass Gott selber mich so sieht und dich so sieht. Und jetzt kommen wir zum Thema Gebet. Beten, ich will es heute noch einmal so sagen, Beten ist das grösste Abenteuer des Homo Sapiens. Weil Beten ist zwar nicht unvernünftig, wenn du jetzt die drei, kannst du die drei Ebenen noch einmal zeigen. Also, Beten ist nicht unvernünftig, hat nichts mit der zweiten Ebene zu tun. Und Beten ist auch mit der untersten Ebene zu tun. Aber Beten ist wie ein Vogel, der steil aufsteigt. Es gibt so Lerchen, die stehen da so. Und ich denke, Beten ist etwas, das weit aufsteigt, das manchmal weit über unsere Vernunft ist, das mit einem Gott Kontakt aufnimmt, das sowieso viel grösser ist, als wir es verstehen können. Aber da passiert etwas, das ist real. Beten ist Begegnung mit dem Schöpfer vom Universum. Beten ist Vertrauen zu Jesus Christus, unserem Retter und Erlöser. Beten ist das Lose, was die viele Stimme vom Heiligen Geist, was der sagt. Und darum sage ich, ein riesiges Abenteuer. Weil im Gebet komme ich zu dem, wo ich eigentlich bin. Man kann mich ja chemisch anschauen, sonst viel Wasser und so weiter und so fort. Aber zu meinem Eigentlichen komme ich, wenn ich in die Beziehung zu Gott tritt. Ich komme in meine Gottebenbildlichkeit hinein. Meine Gottebenbildlichkeit wird im Gebet real. Ich lebe das aus, wo ich eigentlich bin. Ich möchte sogar sagen, ich werde ganz Mensch, wenn ich bete. Eben Bild von Gott. Und jetzt können kritische Stimmen sagen, ist das nicht alles von Menschen ausgedenkt. Ist es nicht genau umgekehrt. Nicht Gott macht den Menschen nach seinem Bild, sondern der Mensch hat sich etwas ausgedenkt. Wenn es Gott gibt, müsste er ja sein, wie wir Menschen. Ich habe Verständnis, dass die Leute das kritisch fragen. Und ich habe heute Abend keine wissenschaftlichen Beweise, dass ich euch sage, wegen dem und dem ist das so. Aber was ich habe, das ist, ich habe das Wort von Gott auf meiner Seite. Und wir sehen an einem Punkt in der Weltgeschichte noch einmal tiefer in das Geheimnis, in Jesus, wo er Mensch geworden ist. Da hat man das Ebenbild von Gott auf eine besondere Art gesehen. Die Zeitgenossen von Jesus haben gemerkt, so müsste ich eigentlich Mensch sein. So umsichtig, so liebevoll, so offen nach oben, so müsste ich Mensch sein. Und noch, wo Jesus dann geschlagen worden ist, gegeistet worden ist, wo ihm das Blut überströmt, den Körper abgelaufen ist, wo er da vor dem Volk standen ist, da hat der Römer Pilatus, der eigentlich mit Glauben gar nichts am Hut gehabt, der hat gesagt, ecke Homo, schaut einmal, den Mensch. Er hat immer noch in Jesus den Mensch gesehen, ecke Homo. Und der Jesus, der ladet uns ein, zu seinem Vater, unser Vater zu sagen. Das ist wunderschön, der allmächtige Vater, der Schöpfer vom Universum, der sieht dir und mich als Tochter und Sohn von ihm. Und dann überlässt er die ganze Entscheidung uns. Und sagt, ich schätze euch so wert, dass ihr ja oder nein sagen könnt. Ihr könnt euch so sehen, ihr könnt euch so definieren, ihr könnt eure Identität in mir, in meinem Abbild haben oder ihr könnt es ablehnen. Sie sind völlig frei. So ist Gott. Ein wunderbarer Plan, eine wunderbare Sicht über dich, aber du bist frei. Das ist zum ersten Punkt, Abbild von Gott. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, was beten nicht ist. Das mache ich ganz kurz, weil ich habe dann noch einen vierten Punkt. Was beten nicht ist, mit dem Stock an die Blähren in die Decke schlagen und sagen, Hey, mach etwas. Aber der Himmel ist blähern. Was beten nicht ist, ein Ritual, um irgendeiner Gottheit Gnädigung zu stimmen. Ich mache alles. Ich streng mich an. Ich gebe mir Mühe und, und, und. Was du willst, wenn du nur machst. Das ist nicht gebeten. Oder der Schwache stützt dich auf einen Strohhalm, um sich zu trösten. Das ist nicht gebeten. Oder Gott meine Welt erklären. Das ist nicht gebeten. Arbeitsaufträge an der Schöpfer verteilen, macht sowieso keinen Sinn. Das ist nicht gebeten. Ich sage etwas zum ersten noch. Wenn der Himmel über uns wie bläh ist, und das kennen wir wahrscheinlich alle. Du betest und hast dir gedacht, gehört mich jemand. Dann will ich dir sagen, das ist normal. Das ist absolut normal. Weil jedes Gebet fängt an, dass ich zu Gott umkehre. Ich kann nicht von mir aus Recht sagen, Herr, du musst mir ja hören, du musst mir zuhören. Hier bin ich und jetzt, hör mal gut zu. Dass Gott hört, ist ein Geschenk. Und darum komme ich nicht zuerst im Gebet mit meinen Gedanken und erkläre Gott die Welt, sondern das Gebet fängt damit. Ich bin da und ich fange an zu hören. Aber schön ist, dass noch bevor du aufwachst, noch bevor du dein Gedankenpflüttelchen irgendwie sammelst und anfängst zu denken, noch bevor du das erste Wort im Gebet sagst, gilt über dein Leben schon, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wort, ich bin das Leben und wegen mir hast du Zugang zum Thron von Gott. Versteht ihr, das ist alles parat. Aber es ist nicht, dass wir ein Recht haben gegenüber diesem blähen Himmel, sondern Jesus schenkt uns das. Und darum bete ich, wenn ich anfange bete, am besten, komm du Geist von Gott und füll mich. Komm, raum aus, was dir zu wider ist, damit ich von diesem Gott richtig starten kann. Oder wie es der Römerbrief 12, Vers 2 sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Ich habe an diesem Satz extra mit Farben geschrieben, das Rot ist die rote Ampel, also richtet euch nicht länger nach dieser Welt. Das wäre normal, dass wir mit unseren Gedanken anfangen, was ich denke, unsere Maßstab, meine Pläne weltlich denkt, das ist die rote Lampe, sondern lehrt umzudenken, umzukehren. Nicht länger nach der Welt, sondern eine neue Art zu denken. Das hat mit unserem Abbild zu tun, dass wir nicht vor uns herwecheln, sondern Gott, was meinst du, wie siehst du das? Das ist Gebet praktisch. So, und jetzt komme ich schon zum Dritten, was Beten ist. Wenn Beten grundsätzlich damit zu tun hat, dass ich nicht von mir aus gehe, sondern umkehre zu dem, wie Gott denkt, dann geht es hier um vier Sachen. Das erste ist die Umkehr zum Wort von Gott. Ich orientiere mich beim Beten, wie gesagt, nicht an meinen Gedanken, an meinen Maßnahmen, an meinen Erfahrungen, sondern ich orientiere mich am Wort von Gott. Ich frage, was sagt heute das Wort von Gott? Wenn ich bete, dann brüte ich über das Wort von Gott. Ich reflektiere das Wort von Gott. Ich sage es für Raucher, ich inhaliere das Wort von Gott. Ich speichere das Wort von Gott in mir. Ich sage es noch für Veganer, ich verstoffwechsel das Wort von Gott in mir. Versteht ihr? Gebet, das ist eigentlich nicht ich, sondern was sagt jetzt das Wort von Gott über mich? Jetzt kann einer sagen, ja, warum muss ich immer die Bibel lesen? Warum immer die Bibel? Ich sage euch zwei Gründe. Erstens, wenn du jeden Tag ein Stückchen von der Bibel, von diesem Wort zu dir nimmst und sagst, Gott, lass mich das verstehen, dann bin ich ganz sicher, ich weiss, was dann passiert. Gott freut sich wahnsinnig über Menschen, die ihn verstehen. Und dann hilft er uns. Es gibt nichts, was Gott lieber tut, als dich verstehen lassen, wie er es meint. So ist Gott. Und der zweite Grund, das ist, wenn ich jeden Tag ein bisschen von diesem Wort Gott nehme und das meditiere, dann speichere ich in mir, in meinem Unbewussten, das Wort. Und am nächsten Tag wieder ein bisschen von diesem Wort. Und am übernächsten Tag wieder ein bisschen von diesem Wort. Und da ist in meinem Unbewussten mit der Zeit ein riesiger Schatz angelegt. Und das kann Gott abrufen. Und sagen, jetzt in der Situation, in der du bist, gilt das. Und jetzt in der Situation, in der du bist, gilt das. Und es heisst, in der Bibel, der Heilige Geist wird dich an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Das ist, wir müssen es zuerst einmal speichern. Das nützt dir nichts, wenn du das alles in deinem Handy drin hast. Es ist da aussen. Und darum geht es um das Verstoffwechsel, dass wir das Wort in uns aufnehmen, damit wir es abrufen können. Denn eine zweite Umkehr ist, ich denke nicht, was ich richtig finde, sondern ich kehre um zu dem Gebot von Gott. Jesus sagt einmal, alles vergeht auf dieser Welt. Alles, was die Menschen gut oder schlecht gefunden haben, es wird alles vergehen. Was ich gesagt habe, das bleibt. Und darum lohnt es sich, auf die Gebot zu hören. Ich sehe Gebot wie Leitplanken auf einer Autobahn. Einen dran wird, also da drüber wird gefährlich. Aber innerhalb dieser Leitplanken kann ich Gas geben, weil diese Gebot sind sinnvoll. So, und wenn wir in die Geschichte schauen, was, wenn sind Menschen auf eine besondere Art in einer Stadt oder in einem ganzen Land zum Glauben kommen, dann ist es dann passiert, wenn die Leute umgekehrt sind zum Wort und umgekehrt sind zu dem Gebot von Gott. Also noch einmal der Römer 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Um das geht es. Jetzt, wenn Beten umkehrt ist, dann gibt es eine dritte Umkehr, nämlich Umkehr zur Schöpfungsordnung von Gott. Und da kommt wieder unser Bibeltext, unser Predigtext ins Spiel. Ich bin ein Ebenbild von Gott als Mann oder als Frau. Und mit dieser Aussage über unserem Leben, da geht es um einen riesigen Zuspruch, wer ich bin, wer wir sind. Wer wir sind vor den Menschen und wer wir sind vor Gott. Der Schöpfer spricht dir eine Identität zu, als Mann oder als Frau. Und er hat sich etwas Gutes dabei gedacht. Das heisst, im Schöpfungsbericht Gott sah, dass es gut war. Und darum glaube ich persönlich, dass auch wenn der Trend in der Gesellschaft ist, Familie ist ein Auslaufmodell, Ehe ist ein Auslaufmodell, ich glaube nicht daran. Weil Gott hat sich etwas ganz, ganz Gutes ausgedenkt, was er uns als Mann und Frau geschaffen hat und die ganze Kreativität in uns hineingelegt hat. Und ich merke, wenn ich, ich lebe in einer Gesellschaft unterdessen, das ist ein Milieu, wo männliche und weibliche Konturen sich verwischen oder wo auch gesagt wird, das soll sich verwischen, die ganze Genderideologie. Und ich merke, das fordert mich als Christ heraus. Ich merke, vom Wort Gottes her fordert mich das heraus. Ich muss wie die Verantwortung übernehmen. Ich muss anstehen und sagen, das ist mein Stand. Ich sehe mich als Mann und ich bin froh, dass sich meine Frau als Frau sieht. Und, es klingt jetzt ein bisschen banal, aber da geht es für mich um etwas Heiliges. Da geht es um etwas, das nicht verhandelbar ist. Ich tritt mit diesem Bibeltext, erschuf uns als Mann und Frau, ich tritt wie in eine Schöpfungsordnung hinein und ich tritt auch in einen Bereich von Sagen hinein. Gott möchte mich segnen mit dem. Tritt euch Mut machen, wenn ihr bettet, dass ihr sagt, Herr, du hast mir gemacht und ich nehme das so an und was hast du mit mir für Pläne? Als Mann, als Frau, als Lädig, als Geheiratet, als Gescheid, als Verwitwet, was hast du für Pläne mit mir? Und dann gibt es noch etwas Vieres. Beten ist Umkehr von jedem Antisemitismus und Zuwendung zu Israel. Ich sage euch das darum, weil, wenn man ins Internet schaut, ist es wahnsinnig, was da alles wieder abgeht an Antisemitismus und da müssen wir als Christen wie wach sein. Wenn wir die Bibel lesen, ist ganz klar, Israel nimmt einen riesen, macht einen riesen Platz ein in der Bibel und ich will es darum so sagen, ein Glauben, ein christlicher Glauben ohne Israelbezug, der hat immer Schlagseite und ich will euch sagen, warum. Weil Gott mit seiner Traktandenliste ganz klar ist, Israel ist auf der Traktandenliste von Gott. Und ohne Israelbezug ist unser Glauben immer in Gefahr zu einem privaten Glauben zu sein. Dann sage ich, Herr, ich bin hier für mich, ich habe ein Problem und wie löst du meine Probleme und könntest du mir nicht aufs Knochen setzen, mir erklären, wie die Welt zu verstehen ist und dann bist du auf einmal in deinem privaten Glauben drin. Dabei ist Gott ein Herr von der Geschichte, ein Herr von der Weltgeschichte und wir sehen zwar oft nicht, wie Gott regiert, aber hinter all dem, was passiert, hinter diesen grauenhaften Ereignissen im Libanon, Weissrussland, wo jetzt wieder ganz viel Ungerechtigkeit passiert, da ist ein Gott, der aus der unsichtbaren Welt trotzdem regiert. Und da ist ein Gott, der mit dieser Welt zu seinem Ziel kommt. Trotz all dem, was wir hier schrecklich sehen. Und da ist ein Gott, der Jesus als Richter eingesetzt hat. Und darum, was heute schimmlig und eitrig unter der gesellschaftlichen Oberfläche rumort, das wird Jesus ans Licht bringen. Und darauf dürfen die Geschundenen in unserer Welt, die Leute im Libanon, die jetzt überhaupt nichts mehr haben, die Geschundenen dürfen darauf hoffen, dass es einen gibt, der sie nicht vergessen hat. Und wenn wir Gelegenheit haben, solidarisch mit den Armen zu sein, dann sollen wir es sein, sagt die Bibel. Dann können wir aufstehen, dann können wir in der Kollekte etwas geben, dann können wir auch gegen Große und Konzern Stellung nehmen, die sagen, wir nehmen doch und die Armen sollen halt dann schauen. Verstehen Sie, der globale Durchbruch zum Reich von Gott, das hat mit der Auferstehung von Israel zu tun. Und im Land Israel, da sind unsere christlichen Wurzeln, da geht es um den Judenkönig Jesus und der Allmächtige Gott sagt, ich bin der Sack von dieser Weltgeschichte, nicht zu ohne Israel, meinen ersten Sohn. Und wir liegen Gott in den Ohren, wenn wir beten, dein Reich komme. Das ist auch ein politisches Gebet. Das hat viel, dein Reich komme, hat viel mit unserer Beziehung zu tun, aber das ist auch ein politisches Gebet. Dein Reich komme. So, das ist der dritte Teil gewesen, jetzt kommt noch ein vierter. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Beten ganz praktisch, da lurt nämlich eine grobe Falle. Weil oftmals beten wir, wie wenn geschrieben steht, Gott schuf den Menschen zu meinem Bild. Und dann beten wir zum Beispiel Eifrig, aber so, Gott, wenn jetzt meine Frau so das Problem sehen könnte, wie ich, und so handeln würde, wie ich selber. Oder wenn mein Chef das so gesehen würde, wie ich, und dann wäre das Problem gelöst. Oder dann beten Eltern, wenn jetzt der Teenager so vernünftig wäre, wie bei mir, und dann würde es weniger Probleme geben, wie mir, wie ich. Und der Teenager betet, wenn die Eltern nicht so stur wären und ein bisschen Fortschritte könnten denken, so wie ich. Und in der Politik betet man dann, wenn der politische gegenüber nicht so blöde Unwahrheiten würde verzapfen, sondern einmal meine Sicht hat. Und eigentlich sind die Gedanken, wenn die in unser Gebet vorkommen, dann sind das Vorwürfe an andere Menschen und Vorwürfe an Gott, warum er die so gemacht hat. Aber es heisst ja gar nicht, Gott schuf den Menschen nach meinem Bilde, sondern es heisst, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde und dann hat Falle zugeklappt. Kannst du das Bild zeigen dazu? Yes. Also, die Bibel sagt Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild und darum müsste unsere Gebete praktisch eigentlich heissen, nicht machen doch so und so, sondern machen, wie du willst. Bringen in seine eigene Berufung, bringen in das Bild ihnen, wo du bist. Und darum schrieb der Apostel Paulus im Römerbrief und da habe ich euch noch abgedruckt, du bist nicht der Herr deines Mitmenschen, mit welchem Recht willst du ihn also verurteilen? Mit welchem Recht verurteilst du also einen anderen Christen? Deshalb wollen wir nicht länger gegenseitig uns verurteilen. Das heisst, wenn ich bat, dann tun ich am anderen eine andere Meinung zugestehen. Viermal fordert Paulus uns hier auf, der Ander in seinem Ebenbild von Gott sein. Und wenn wir das machen, wenn wir so beten, wenn wir so umgehen miteinander, in der Gemeinde miteinander, dann kommt es gut, dann haben wir Respekt voreinander, dann wollen wir den Anderen gelten. Das möchte gelten in unserer Gemeinde, das möchte gelten in der nächsten Kirchgemeins Versammlung, dann kommt es gut. Er schuft den Menschen zu seinem Bild. Jetzt fasse ich kurz zusammen. Beten, das heisst, du bist das Ebenbild von Gott. Eine wunderbare Schöpfung und hast in dir das Potenzial, das wunderbare Potenzial, mit dem Schöpfer zu korrespondieren. Was beten nicht ist, sage ich gar nicht mehr, aber was beten ist, hat immer zu tun, dass ich nicht in meinen Bahnen irgendetwas plappere, sondern umkehre zum Wort, zu den Gebote, zur Schöpfungsordnung, zu Israel. Und beten praktisch, ich bete nicht, wie der Anderen muss sein, aus meiner Sicht, sondern dass er in das Abbild von Gott reinkommt.